Ich habe mehrere Anfragen gehabt. Es war auch ein Thema, ins Ausland zu gehen, weil ich so lange auch in der Bundesliga bin. Aber ich kann sagen, dass Hertha schon auch mein Wunschverein im Sommer war. Und jetzt auch, weil ich einfach bei der Mannschaft ein Potenzial sehe. In dem Verein natürlich auch. Und vielleicht da noch eins. Mir haben aber auch die Gespräche unheimlich gefallen. Also es ist nicht nur das Sportliche, sondern für mich ist in der Situation, in der ich mich befinde, ist es mir auch sehr, sehr wichtig, mit welchen Menschen ich zusammenarbeite, wie ticken die und sind wir auf einer Wellenlänge. Weil ich auch nicht mehr alles machen muss. Und da habe ich ein sehr, sehr gutes Gefühl gehabt. Und das ist eigentlich auch mit Grund, mit Michael die Gespräche, mit meinem Gegenbauer die Gespräche, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Und auch gestern mit den Leuten, mit denen ich zusammengekommen bin, hat mir schon richtig gut gefallen, muss ich sagen. Also das ist ein guter Grundstein oder Grundstock dafür, um darauf aufzubauen. Aber ganz klar, jetzt ist die Mannschaft, jetzt sind wir zusammengefragt und mit der Mannschaft. Und da werden wir in den nächsten Tagen, Wochen alles tun. Mir geht es einfach so und das will ich übertragen. Für mich ist es einfach ein geiles Spiel. Wir haben einfach Bock auf Fußball und das will ich, dass wir das auch leben. Dass wir hier sitzen können, ist privilegiert. Und deswegen möchte ich auch diese Freude, das hatte ich Michael immer mal gesagt, Michael, egal was es ist, aber diese Freude lasse ich mir nicht mehr nehmen. Ich sage auch ganz offen, es gab Situationen in meinem Leben, auch im Fußball, wo ich mir, also gerade als Trainer, wo ich gemerkt habe, ich habe zu wenig Freude. Aber das fängt bei mir an. Also bei mir fängt es als erstes an. Und deswegen gehe ich jeden Tag da rein und sage, ich will das Leben. Das heißt nicht, dass ich jeden Tag hier mit einem riesigen Lächeln rumlaufe, weil es wird auch Momente geben, wo ich einen Hals habe oder wo Dinge nicht funktionieren, wo man in Niederlage vielleicht da sein wird. Aber trotzdem möchte ich mir das nicht nehmen lassen. Das liegt also an mir. Und das möchte ich der Mannschaft auch so ein Stück vermitteln. Dass es an uns selber liegt, was wir daraus machen. Und ich finde es klasse, dass wir das machen können. Wir dürfen nicht den Fehler machen, nur an die neue Saison zu denken. Das ist ein Teil. Deswegen sind wir jetzt eingestiegen, weil genau die Situation, die du eben sagtest, wir werden, wenn wir Pech haben, halt keine Vorbereitung haben. Also es wird etwas ganz anderes sein. Deswegen ist es auch der richtige Zeitpunkt. Aber es wäre falsch, nur an die neue Saison zu denken. Wir müssen in ihm jetzt denken. Wir haben neun Spiele vor uns. Wir haben eine Situation, die ich eben schon sagte. Mehrere Trainer, Corona, Quarantäne. Wir werden, so wie es aussieht, Geisterspiele haben, die natürlich eigentlich mit das Schlimmste sind für uns als Sportler. Also das sind alles Dinge, die in eine große Rolle und wir stecken im Abstiegskampf noch. Also deswegen müssen wir den Fokus, und der beginnt heute. Also es wird auch nicht funktionieren, wenn wir in zwei, drei Wochen meinen, wir können jetzt mal ein bisschen hochfahren. Also wir müssen jetzt schon auf Knopfdruck versuchen, hochzufahren. Dazu müssen wir die Mannschaft auch ein Stück hinbringen, vorbereiten, antreiben, motivieren und ihnen einen klaren Plan mitgeben. Ich möchte eins nicht unerwähnt lassen. Wir sprechen täglich in dieser Zeit von den Auswirkungen der Corona-Krise. Und das war natürlich auch Gegenstand unserer Gespräche. Es ist ein unüblicher Zeitpunkt, logischerweise, weil es auch keine Blaupause dafür gibt. Und ich habe gerade ausgeführt, warum wir glauben, dass es trotzdem der richtige Zeitpunkt war. Aber wir sind eben auch in einem Moment, wo wir über Gehaltsverzicht sprechen, wo wir darüber reden, Arbeitsplätze zu sichern und zu schützen. Und deswegen möchte ich das ausdrücklich auch an dieser Stelle erwähnen, weil es keine Selbstverständlichkeit ist, weil Bruno mir in den Gesprächen gleich signalisiert hat. Das ist auch ein Aspekt, über den wir nachdenken müssen. Und er hat Hertha BSC angeboten, bis zu dem Zeitpunkt, zu dem wir dann wieder anfangen, regulär Fußball zu spielen, eben auch auf wirklich weite Teile seines Gehalts zu verzichten. Und das finde ich eine tolle und eine bemerkenswerte Geste. Und möchte mich da auch gleich zu Beginn schon mal für bedanken, weil es einfach auch zeigt, dass er sehr reflektiert eben auch in dieser Situation auf die Gesamtumstände, die wir in unserem Land haben und dann natürlich auch im Fußball haben, abhebt und sie im Blick hat. Der Fußball, den wir betreiben, ist aber eben nicht nur Spaß und Spiel, sondern es ist eben auch ein Berufsfeld, ein Wirtschaftszweig. Wir wissen mittlerweile alle, die großen Zahlen, wir reden über 60.000 Arbeitsplätze, die auch an dem Fußball in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten Fußball-Bundesliga hängen. Und ich glaube, es ist nur richtig und angemessen, wenn wir, wie alle anderen Branchen, auch darüber nachdenken, und zwar sehr intensiv nachdenken, wie die Fortführung des Wettbewerbes denn dann aussehen kann. Und der Wunsch und der Optimismus, den lassen wir uns nicht nehmen, vor allen Dingen den Optimismus, dass wir diese Saison zu Ende spielen. Und der Wunsch, das ist klar formuliert, ist der, dass wir bis zum 30.06. idealerweise diese Saison zu einem Abschluss bringen wollen, um auch sportliche Entscheidungen auf dem Platz herbeizuführen und möglicherweise auch, wenn das nötig sein sollte, diesen Zeitpunkt vielleicht noch ein bisschen ausdehnen. Aber der klare Wunsch ist es, diese Saison zu Ende zu spielen. Und wir bei Hertha schließen uns diesem Wunsch an und teilen übrigens auch den Optimismus, dass uns das gelingen wird.